Wenn du ready bist. Ready. Dann los. Servus. Daddy's Freak is back. So war das los? Okay, das war stark. Ich habe gerade überlegt, hey, woher kenne ich das? Welcher war das? Ja, also. Ja, wir spielen weiterhin Rocket Lurk, diesmal im Rumble-Modus. Bamjoo ist auch noch am Start. AKK ist Freak. Ich sehe das Ganze von hier oben. Genau. Und wir spielen Rumble. So. Okay, cool. Also Rumble ist halt so mit dem Team. Ich weiß, wie Rumble wir kriegen. Das ist, das ist hier, das ist mein Rise of Rock. So, alle paar Sekunden. Ich glaube, mit irgendeinem Knopf. Ach so, danke, Max. Habe ich. So. Also, ich kann hier Sachen drücken. LS. LS3, was ist das? Linker Stick. Linker Stick rein drücken. Oh, ich wurde teleportiert. Hast du, man kriegt immer random ein Item zugewiesen, oder was? Ich dachte, das ist... Kann man schießen? Oh, ja, ja, du hast eine Faust. Ich habe einen Boxern schon gemacht. So, eine Faust, nämlich. Oh, der ist eingefroren. Alter, stört sie. Du hast so viel Kraft in deiner Büchse. Oh, nein. Hey, da ist er jetzt noch. So, du. So, Max, ich würde dir jetzt mal voll den herein drücken. Oh. So. Oh, nein. Oh, nein. Ja, ja. Ich habe mich gebiot. Nee, das war meine Waffe leider. Ich bin dumm. So, okay. 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 Oh! Ja, ich, aber das war noch gut. Nein, ich hätte... Oh, ich konnte nicht... Ja, ich, aber das war noch gut. So, erst mal eingefroren. Das ist schön. Alter, kommt ein Tornado. Oh, nein, der Tornado. Ey, bebt ihr euch auch manchmal? Ja, ja, das machen die Leute mit dir. Oh, 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 oh. Und dann kommt der Kalle und macht den. Und dann ist André. Jawohl. Oh, nein. Tor, Schuss, Tor, Tor. So. Ich hasse Kalle. Hey, guck mal hier. Schön. Und dann, flupp. Schön vorbei an allen. Ich wollte noch retten. Die Tornado ist noch voll. Nee, das war so ein Pümpel. Ja, ja, damit ziehst du ihn dann ran, aber der ist... Das wäre ein krasser Safe gewesen, aber nicht mit mir. So. Ach, schönes Ding, Papo. Spielen rein, spielen rein. Du, das ist deiner. Das ist meiner. Das ist deiner. Und jetzt nach vorn. Es wurde reingespielt. Ich trete dich aus dem Bett. Au. Oh, nice. Okay, schnapp ich mir. Oh, du hast Papo genommen. Der Wirbelstum. Ich bin verwirrt von den Items. Ah. Oh, das war so stark von mir gemaked eigentlich. Gemaked? Ja, 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 ja. Nein, ich wurde wieder geswagged. Du, fach rein damit, ja. Oh, nein. Schau dir das an, dieser Skill. Alter, richtig stark, richtig stark. Alter, richtig, Alter. Alter, Dick, ja. Alter Schwede, wie geht das? Ich glaub, da war ich grad auf Klo, wo ihr das besprochen habt. Ja, ja, die kommen jetzt neu. Achso, doch, links nicht reindrücken, genau. Da ist schon ein Timer neben deiner Boost-Anzeige. Warum bin ich so dumm? Okay. Unten rechts siehst du das, neben deiner Anzeige da. So, oh, das ist stark. Ah. Oh, was denn das? Ich hab nen Fuß. Ja, du hast mich auf die Füße getreten. Ach, geil. Oh, der hat den Igel. Das ist schwierig. Oh, alter. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das war so Klosett. Nice, 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 nice. Schön jetzt. Oh, schönes Ding. Ja, da geh ich rein. Bitte, 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 bitte. Ach, nee. So, und. Oh, Alter, mit Schmack ist weggeballert. Oh, Mann, ey, Pride, Mann. Was ist das hier? Öl. Hab ich hier halt eingefroren? Absolut. Oh, mein Gott. Wo ist der Scheißball? Der ist schon wieder eingefreezed. Oh, shit. Oh, shit. Das hab ich falsch gemacht. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Ich hab den, ich hab den. Oh, hör auf. Schön genug, schön, schön, tust du's. Nein. Oh, nicht schon wieder die Kabel-Salat-Geschichte. Nu, tut es schon wieder. Oh, nee. Oh, irgendwie bist du mir gar nicht voll ins Gesicht gefühlt. Oh, echt legal, Alter. Jetzt bin ich richtig Sonic hier, guck mal. Ich hab ne Faust. Was mach ich mit der Faust? Draufdrücken. Okay, mach ich gleich. Ja, jetzt noch nicht. So, erst mal vier lang. Oh, das war so klaus. Nice. Ah, ich hab nur drauf gewartet. Blöder Henno. Eagle Attack. Oh, du bist vorbeigefahren. Schade. Hey, Kalle war voll dran am Ball. Hä? Einfach der Igel. Das war auf der Linie, glaub ich. Einfach der Igel. Igel. Klu bleibt hin. Komm, doppelter Rammer. Den hast du? Sehr gut. Und den ausgetrickst. Der ist nach vorne. Schön, schön. Ich bin verteidigt. Erzi, bring ihn rein. Schafe. Oh nein, der hat mich gerammt. Ich hab den. Au! Ich bin voll vorbeigefahren, ey, so ein Blödsinn. So ein Blödsinn. So, Papo, jetzt auch mal Angriff, nicht nur Verteidigung. Ja, ich war die ganze Zeit im Angriff, Vigi. Vigi. So, den nehm ich mit. Oh, mein Magnet funktioniert nicht mehr. So nicht, so nicht. Ich hab dich weggedrehten. Oh, oh. Schön. Oh, Mann, ich dachte, der bleibt dran. Okay, nochmal alles nach vorn, Freunde. Okay. Geilste Alter, wenn man im Tor steht, dass man die Leute wegtreten kann. Ja. Okay. Kinder, was macht ihr hier? Sehr schön. Hallo, Kalle. Hallo. Ne, rein, Sterzig. Ja, scheiße. Ja. Wie ne, scheiße. Ich bin in nem Wirbelsturm. Ah! Ah! Schön, Gnu. Mit der Faust. Gottes. Warte mal, hab ich gerade Hanno verstärkt mit meiner Entschläge? Leute, kennt ihr noch? Lasco? 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 Ey, Rasko, Digga, die geile Nudelsuppe mit Hütchen. Die Faust. Schön getreten. Oh. Oh. Da komm ich noch eingetreten. Oh, schade. Ich glaub, das war die Last Chance. Oh! Kaputt. Zehn Sekunden. Schu. Schärzig. Wir sind im Gegnerteam. Ja, jetzt. Nein, 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 nein. Rein damit. Oh! Okay, egal. Oh. Oh, Mann, ey. Oh nein, wiedergewonnen. Abheben. Ja, ich find gut, dass Hanno Anfang der Woche gesagt hat, wir sind alle scheiße. Und dann macht sie uns hier alle nackig. Aber ich hab mehr Punkte gemacht. Ich merk ja, zum Muster. Direkt nochmal. Alle, du warst richtig gut. Du warst richtig gut. Danke, Digga. Ich war scheiße. Ja, 4, 30. Direkt nochmal. Nochmal Rumble in the Jungle. Alle in 3, 2, 1, jetzt. Boah, das ging flott. Kann ich denn gucken? Ah, hier, guck mal. Nu, Sterzig, Kanin. Nu und Kalikoschaisky. Ja, wir werden eben zu dritt in einem Team gewesen mit Sterzig und Hanno. Das wär krass gewesen, glaub ich. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat sie noch nicht gesehen. So ein Tryhardt. Ich hätt' dich krass gekotzt. Oh, 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 oh. Ja, 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 schönes Ding. Schönes Ding. Oh, schaut euch an. Schaut euch an. Schaut euch an. Shoutouts. Oh, boom, ey, Motherfucker. Alter, wie du da so einen schönen ... Ich wollte ihn wegteleportieren. So einen Rick drauf hast. Eine Rick-Antenne hast du, ne? Ja, 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 ja. Ich bin komplett Rick and Morty gebrandet. Nice. Was zahlen die so? Oh, schon gut. Ähm, 2 Millionen, Digga, pro Spiel. So, die Pelican-Charles. Nein. Nein, nein, nein. Ich rette ihn, weil ich würde jetzt hier tauschen mit Hanno. Oh, hä, ich wurde gespielt. Ich kann nicht anhalten. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Schönes Ding. Schönes Ding. Stärzig, bring ihn rein. Mach ihn schön. Mach ihn schön. Mach ihn schön, sag ich. Du hast ihn schön gemacht. Er kommt. Ah, ich bin daneben gesprungen. Nee, nicht. Alter, wie ich Julian Bam weggebämmt hab. Also, hat ja gar nichts gebracht, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich flieg da einfach nur so acht Minuten durch die Luft. Jetzt perfekt. Nee, nee, nee. Kalle, du warst schon... Ja, ich hab ein Tor gemacht. Nein. Doch. Wie hab ich denn ein Tor gemacht? Mit dem, äh... So? Was? Das war nicht mal beabsichtigt von dir. Ich dachte, du wärst... Du hättest das voll verstanden. Oh, no. Ich wollte... Aber ich hab ein Faust. Achso, okay. Das war ich. Achso. So, ich bleib mal hinten. Schön. Schön. Abwehr, Defense. Viel schöner als die. Einwandfrei. Na! Doch. Viel schöner als die. Okay, ich hol den mal ran. Ja, sehr gut. Nee, was soll denn das? Ich hab dich richtig gespeedet. Ja, ja, deswegen hat das nicht geklappt. Scheiße. Wir haben keine Defense grad. Oh, ganz schwierig, Papo. Mach ihn rein! Ich tu das. Da musste einer kommen. Schade genug, schade. Egal, weiter, weiter, weiter. So, ich boxe mal ein. Ja, ich boxe auch. Schön. Oh! Ich glaub, ich muss wieder zum Stürmer werden. Ja. Schönes Ding, stör sie. Boah, alter, Max. I'm giving my best, brother. Das klappt halt nicht so gut, ne? Wie dir jetzt zeug ich den. So, ein Saugnapf. Oh, Mann. Oh, nein! Nein! Geil, verrein, vor, verrein! Oh, mein Gott. Easy. Ja, das klappt ja sehr gut. Jawoll! Ein schönes Ding. Vielen lieben Dank, dass er weit sein durfte. Der hat abgeblockert diesmal mehr als 50 Punkte. Echt, du, das war das wackeste Tor überhaupt. Nein, das war voll geil. Der Igel hat auch mit. Die Kombi, Digga. Der Igel hat auch mit. Schön. Ey, sterzig! Sterzig! Ja, jetzt hör mal wieder vor. Guck dir das mal an. Der Winkel. Der Winkel. Der Kalle ist eine schöne Vorlage. Ja, aber sorry, aber sterzig. Wieso ich denn jetzt, du? Ja, du steigst da doch. Du Pedder! Ich geh rein, ich geh rein. Ich geh rein, ich geh rein. Schön. Ja, gut. Sehr gut. Mach das wieder gut. Mach ich. Jetzt aber, Kalle! Ah! Hat er gedacht. Dieser Hanno tiltet mich mit seinem scheiß Gelächter immer, ne? Gelächter. Gelächter, Digga. So, und her damit. Oh, was war... Oh nein! Alter, das war aber... Hey! Alter! Outplay! Ich bin einfach ins Tor gefahren und hab den Pömpel gemacht. Ja, aber wir haben alle gepömpelt. Guck mal, wir haben so Doppelpömpel, Alter. Ich bin richtig im Tor. Hä? Wieso ist deiner denn stärker? Drei Tore innerhalb von einer Minute, ihr Loser. Ja. Jetzt sind wir dran. So. Shit. Oh, shit. Oh, scheiße. Schön scherzig. Ja! Ja! Jawoll! Scherzig mit dem Hot-Trick! Hot-Trick! Schaut's euch an! Die Arbeit hier! Hey, guckt mal oben im Chat, was ist bei Gnu los? Entschuldigung, ihr Scheiß-Dieter! Mit einem Aus-Rassel! Sie sagt so nix dazu und hofft, dass niemand es sieht. Easy. Scheiß, das ist doch du! Ja, das ist eh. Nein! Nein, nein, nein! Ja, schön! Max, ich bin grad hinten. Sehr gut! Was ist die Faust? Einfach nur einmal boxen, ne? Sieh auf den Schuh hoch! Oh no! Ja! Ja! Ja, 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 alles gut! Du hast ein guter Ball? Eins guter Ball? Ey! Schön! Ey, you! Oh no! Schön, bring ihn rein! Oh, ich hab's versucht! Oh, ich hab's versucht! Oh! Hat sich immer gerecht an mir! Oh! Ja, für die Tore! Oder für, ne? Das Tor! Oh, schön! 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 Oh! Machen dir nix, meinen dir nix! Warte nix! Gar nix gemacht! Schön! Alter, recht weggefaustet, ey! Ich bin ja Torwart. Ich bin ja Torwart, wie darf das? Herr Scherzig ist doch bei mir! Oh, den hab ich! Ja, ja! Nein! Oh, ich bin! Ich muss den weiter... Ach man! Nein! Ich hab'n Igel! Ich hab'n Igel! Ich hab'n Igel, ey! Alter, ich mach euch alle kaputt! Weg! Weg! Ja, fahr rein, fahr rein! Oh, ich konnte nicht, ich wurde wegge... Gedingsbums! Ich werd geswitcht! Ich werd geswitcht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Look at this Tor! Und Gnu wieder am auslassen im Chat! Guck mal, hier! Guck jetzt! Und so, zack! Ja, blub! Richtiges... Fürs Auge-Tor! Fürs Auge-Tor! Ja, ich bleib hinten! So! So, ich hol das Ding jetzt hier als Tor nach Hause, Freunde! Chan-chan-chan-chan! Ranbleiben, dranbleiben! Noch 60 Sekunden! Ich werd wieder teleportiert! Ich wollte einen Platz annehmen! Nein! Die Schweine bringt's noch! So! Jetzt, komm, komm, komm! Angefroren! Ne, na, ja! Oh, nee! Jo, Angriff! Schön! Schön! Oh! Max, sehr gut! Danke! Wirbelstumm! Hä? Hä? Ja, hab ich dich auch dribbelt, du Spaten! Was, der Magnet? Ich komm nicht ran mit meinen Stacheln! Die sind zu klein! Ja, weil du kacke bist! Das mach ich alle tot! Ey, nee! Ja! Alter, Julian! Bam! Mit dem zweiten Goal! Ey, das ist ein bestes Game ever, oder? Geil! Bam! Ey, diese Items! Alter! Bam! Digger! Bam! Ich rein, mach da noch diesen... Scheiße, Digger! Kennst du voll Assi, Toni? Bam! Bam! Hat er bestimmt noch nie gehört! Ja, ja! Nee, nie! Oh Gott! Meinst du? Unglaublich! Was sich hier abspielt im Wurstsalat! So? Ja, nein! Weg damit! Ach, keine Verlängerung! Schön! Oh nein! Okay, Verlängerung! 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 Oh, Jesus! Der muss erst aufkommen! Sehr intensiv, die Runde! Oh, nee! Okay! Final Goal! Alle rein! Alle rein! Alle rauf! Oh mein Gott! Oh! 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 Was? Schön! Okay, Leute! Jetzt haben alle ihr Gadgets! Okay, ich habe meinen Gadgets, Digga! Spürst du? Ich auch! Hau den raus, hau den raus! Nein, 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 nein! Ah! Das gibt's doch nicht! Blanzparade, plus 75 Punkte für Gryffindor! Aber ich bin Ravenclaw, Digga! Nein, Julien! Ja! Nein! Oh Mann! Ich bin richtig schnell, Digga. Schön. So, ich hab ihn rausgeholt. Bring ihn rein, bring ihn rein! Hab ich, hab ich, hab ich, hast du ihn! Schön genug! Schönes Ding! Alter, genug! Genuuuuh! Nein, nein, nein. Ach, schmerzig! Ja, ist endend. Nein! Ja! Jawoll! Ja! Alter, was ein Game! Schau's dir an! Schau's dir an! Aber genug, wie du ihn gesaved hast, mega nice! Alter, wie hat man zwei Tore mit der scheiß Faust gemacht? Oh, schön! Schön! So, guck mal, Hanno, ich flieg jetzt, pass auf! Jetzt! So, ich dreh mich auf den Rücken! Ja, das war eine weitere Folge, hier Rocket Lurk mit der Sütze und Special Guest Julian Bam! Schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei! Da kommt sogar morgen wahrscheinlich noch ein Video! Also, klicke die Klick in der Box unten drinnen und schönes Morgenende, ne? Tschüss! Tschüss! Vielen Dank! Ciao! 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 Ciao!